In diesem Video verrate ich dir vier äußerst wichtige Schritte, wie du deinen Traumpartner kennenlernst. Willkommen zu diesem Video, zu dir spricht Serge Lenz. Und wenn du gerade Single bist, wenn du gerade nicht den Traumpartner an deiner Seite hast, den du dir wünschst, und wenn du das ändern willst, dann ist dieses Video für dich. Schau mal, viele Frauen vernachlässigen diese vier Schritte, weswegen sie immer wieder in irgendwelchen komischen Situationen sich wiederfinden. Und wenn du diese vier Schritte kennst und ganz genau weißt, wie du sie einsetzt, dann kommst du deinem Ziel weitaus schneller. Der erste Punkt, das ist die Bereitschaft. Und viele Frauen, die zu mir kommen, sagen mir, Sergei, ich war nach meiner letzten Trennung oder für eine gewisse Zeit, war ich nicht bereit für eine Beziehung. Jetzt bin ich wieder bereit für eine Beziehung. Aber jetzt, aus irgendwelchen Gründen, scheint es wie verhext. Es funktioniert einfach nicht. Egal, was ich versuche, egal, ob ich die meiner online kennenlernen möchte oder im privaten Kreis oder auf irgendwelchen Veranstaltungen. Das funktioniert einfach nicht. Seit lange, lange Zeit. Und diese Bereitschaft, von der diese Frauen sprechen, das ist nicht die Bereitschaft, von der ich jetzt spreche. Schau mal, die falsche Bereitschaft ist, ich habe ein Defizit. Mir fehlt was. Ich vermisse das Kuscheln. Ich vermisse es, mit jemandem so richtig intensiv Zeit zu verbringen. Ich vermisse es, mit jemandem zu verreisen, ihn auf Familienfeste mitzunehmen. Ich vermisse es, wenn wir irgendeinen Pärchenabend machen mit meiner besten Freundin. Das sind alles Bereitschaften, die aus einem Mangelgefühl entstehen. Die Bereitschaft, von der ich jetzt spreche, das ist eine gewisse Offenheit. Das ist die Fähigkeit, im richtigen Moment in den richtigen Zustand zu gelangen. Wenn zum Beispiel du gerade auf einer Party bist oder auf einem Event und du siehst einen Menschen und er nähert sich dir oder es entsteht eine Kommunikation zwischen euch oder du lernst einen Menschen online kennen, dein richtiger Zustand der Bereitschaft sorgt dafür, dass du alles andere, was dir jetzt gerade so im Kopf rumfliegt, dass du das für eine gewisse Zeit ad acta legst, all die ganzen Gedanken, die dich belasten, all diese ganzen Sorgen, all diese ganzen Dinge, von denen du denkst, was du hättest schon längst gemacht haben müssen, aber es nicht gemacht hast. Diese Dinge sollten in diesem Augenblick nicht mehr da sein. Und das ist ein Zustand, den du in dir trainierst. Zum Beispiel dadurch, dass du dir vorstellst, dass du jetzt bereits deinen Traumpartner an deiner Seite hast, dass ihr ein Herz und deine Seele seid, dass du mit ihm die schönsten Sachen der Welt machst, dass ihr euch entwickelt, dass ihr zusammen wachst, dass ihr zusammen zu einer Einheit verschmelzt. Diese Gedanke sorgt in deinem System für den Zustand der Vollkommenheit, für den Zustand der Harmonie, den du ausstrahlst und du bist die ganze Zeit in einem gewissen Tonus, du bist die ganze Zeit in einem gewissen Modus, wo du bereit bist, auf eventuell eintretende Situationen richtig zu reagieren. Also wirklich, manche Situationen kommen für ein paar Sekunden. Das Zeitfenster, was du nutzen kannst, um diesem Mann gewisse Zeichen zu senden, damit er auf dich zukommt, dieses Zeitfenster kann Sekunden betragen. Wenn dieses Zeitfenster vorbei ist, dann ist er weg. Eine andere Frau geht auf ihn zu oder eine andere Frau schickt ihm ein Lächeln zu und erobert so seinen Fokus, seine Aufmerksamkeit und er weicht nicht mehr von ihrer Seite auf diese Veranstaltung, auf diesem Event. Das kann eine Situation auf der Straße sein oder im Café. Wenn ein Mann, den du sympathisch findest, empathisch weiter seinen Kaffee schlürft. Wie verhältst du dich? Tust du so, als ob du es nicht nötig hast? Tust du so, als ob du ihn nicht bemerkt hast? Oder schickst du ihm ein paar Signale? Egal, an was du davor gedacht hast. Egal, was davor Teil deines Systems war. Das bedeutet, diese ständige Bereitschaft auf eventuell eintretende Situationen zu reagieren und die richtigen Signale zu senden. Das ist von entscheidender Bedeutung. Der zweite Punkt, das ist die Veränderung deiner gedanklichen Gewohnheiten, was äußerst, äußerst wichtig ist. Schau mal, jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jeder Mensch, der das Alter von 16 Jahren überschritten hat, ja, und vor allem, wenn er leicht über 30 ist, so ganz, ganz leicht über 30 ist, er hat eine Menge Erfahrungen gesammelt. Natürlich positive in Beziehungen, wie auch negative. Wir alle haben das gemacht. Deswegen sammeln wir oft einen gewissen Ballast an. Und dieser Ballast sorgt dafür, dass wir unbewusst versuchen, Beziehungen, Nähe zu vermeiden. Und es ist äußerst wichtig, dass du deinen gedanklichen Apparat veränderst. Dass du deine Gedanken in die richtige Richtung schickst. Dass du deine Vergangenheit, vor allem die Missgeschicke dort, ad acta legst. Dass du das vergisst. Also du musst es nicht vergessen. Aber du solltest eine gute Beziehung zu deiner Vergangenheit, egal wie sie aussah in Beziehungen, herstellen. Ja, das bedeutet, alle Situationen, die ich erlebt habe, waren gut. Alle Situationen, die ich erlebt habe, sie haben mir Kraft gegeben. Alle Situationen, die ich erlebt habe, auch die, wo ich damals Schmerzen gespürt habe, zu denen habe ich jetzt Frieden geschlossen. Ja, und es ist wichtig, dass du auch über Männer richtig nachdenkst. Ja, weil es, das stelle ich bei Frauen sehr oft fest. Ja, also diese ganzen vergangenen Misserfolge, irgendwelche vergangenen Niederlagen, irgendwelche vergangenen Herzschmerzen und Frustrationen speichern sich. Ja, sodass die Frauen, ja, Männer, ja, dazu gehe ich mal lieber auf Distanz. Ja, also ich kümmere mich um meinen Bereich, ja, um meinen Job, um meinen Business, um meine Freunde, um meine Hobbys, dort fühle ich mich sicher. Mit Männern nicht so. Ja, und sie schicken den Männern diese Signale. Ja, und wenn ein Mann dann reinkommt in ihr Leben, der sie zum Leuchten bringt, so ein Wow-Mann. Und da fällt es den Frauen schwer, die richtigen Signale zu senden, ja, weil sie immer noch in diesen Gedanken drin sind. Es kann sein, dass sie schon sich ausrechnen. Ah, wenn dieser Mann, so, ich schicke ihm meine Aufmerksamkeit. Er kommt auf mich zu. Wir unterhalten uns, ja, ich verliebe mich in ihn. Und dann tut er mir weh, ja, dieser Arsch, ja, und du schickst ihm bereits jetzt diese Signale der Verbitterung, die du mit den vergangenen Erlebnissen assoziiert hast, ja, im Vorfeld. Einfach nur aus dieser Unsicherheit heraus. Ja, deswegen ist es äußerst wichtig, dass du lernst, Vergangenheit, die Vergangenheit abzuschließen und zwar positiv abzuschließen, wirklich zu 100% positiv abzuschließen. Alles, was vorgefallen ist, war okay. Du bist kein Opfer der Umstände. Männer haben dir nichts Böses angetan. Es waren bestimmte Situationen da, die du auf eine gewisse Art und Weise gemeistert hast, weil du es vielleicht nicht besser wusstest. Ja, jetzt bist du reifer geworden. Jetzt bist du weiter im Leben. Jetzt, ja, vor allem mit den richtigen Strategien, kannst du andere Dinge machen. Ja, und dieses in Frieden kommen mit Männern, ja, das ist Teil dieser Veränderung der gedanklichen Gewohnheiten. Der nächste Punkt, das ist der spielerische Zustand. Viele Frauen nehmen das ganze Thema extrem, extrem ernst. So bitter ernst. Fast schon, ja, so es steht, so entweder alles oder nichts. Ja, so ich habe keine Lust mehr, mich zu treffen. Ich habe keine Lust mehr auf Dates. Ich habe keine Lust mehr auf Gespräche. Ich will einfach nur, dass dieser Prinz in mein Leben reinreitet, alles genau so macht, wie es mir passt, mich mit Blumen und Pralinen überschüttet und ohne, dass ich auch nur ein Wort sagen muss, kümmert er sich einfach um mich, nimmt mich mit in sein Schloss, macht mich zu seiner Königin. Ja, und wir leben friedlich bis ans Ende unserer Tage. Ach Quatsch, wir sterben nie. Ja, also diese, diese, diese fatalistische, diese fatalistische Herangehensweise macht es Frauen oft sehr schwer, mit Männern in Kontakt zu kommen. Also es geht nicht mal darum, mit Männern in Kontakt zu kommen. Ich bin mir sicher, dass du sehr, sehr gut mit Männern in Kontakt kommen kannst. Aber je mehr man sich kennt, je mehr man sich öffnet, desto mehr bekommt der Mann einen Zugang dazu, was in deinem Herzen ist, was in deiner Seele ist, weil du das zeigst durch die Art, wie du mit ihm sprichst, durch die Art, wie du dich fühlst, durch das Gefühl, was du ihm vermittelst und wenn es dir in der Vergangenheit schwergefallen ist, wertvolle Männer zu halten, wertvolle Männer dazu zu bringen, für dich zu brennen, dann liegt es an den Dingen, die in dieser Konstellation eröffnet wurden. Ja, deswegen der richtige Zustand, also der spielerische Zustand, wo du spielst, wo du das Ganze nicht allzu ernst nimmst, wo du, vor allem wenn der Mann attraktiv ist, fällt es Frauen oft schwer, ja, so mit einem Mann, den sie nicht sonderlich attraktiv finden, so, pff, da kann ich machen, was ich will. Da kann ich spielen, da kann ich ernst sein, da kann ich theatralisch sein, da kann ich, dann ist es mir egal, ja, er folgt mir sowieso in Schatten und würde alles für mich machen. Aber bei einem Mann, den man richtig toll findet, verlieren Frauen diesen spielerischen Zustand, ja, sie gelangen in diesen ernsthaften Zustand, sie gelangen in diese unterwürfige Position, weil jetzt extrem viel auf dem Spiel steht und das darf man nicht einfach so, ja, mit Spaß angehen, ja, das muss wirklich, wirklich ernst sein, bevor es wirklich sicher ist, erst dann kann ich mich entspannen, erst dann kann ich mich von meiner lieben spielerischen Seite zeigen, schau mal, selbst wenn du das Spiel spielst, ja, selbst wenn du den Anschein erwächst, dass du spielst, dein wahrer Zustand kommt trotzdem durch, ja, deswegen ist es unfassbar wichtig, dass du vor allem mit den attraktiven Männern in diesem spielerischen Zustand bist, weil du ganz genau weißt, es steht nichts auf dem Spiel, es ist einfach nur eine Form des Vergnügenbekommens, ja, diese ganze Interaktion mit Männern, Beziehungserschaffung, das ist ein Spiel, vor allem am Anfang der Kommunikation, es ist äußerst wichtig, dass der Mann dich so versteht, dass der Mann dich so assoziiert und der nächste Punkt, ja, das ist deine Selbstsicherheit, wenn du dich nicht selbstsicher fühlst, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann wirst du in vielen Situationen zwischen euch in Stress geraten, du wirst verspannt sein und in diesem verspannten, gestressten, verängstigtem Zustand, vor allem wenn Verlustängste auftreten, ja, in einer Situation, die vielleicht banal ist, ja, so, ja, schreibe dir nicht sofort, sondern drei Stunden später oder am nächsten Tag, ja, oder irgendwas passiert, irgendein Missverständnis passiert und du, ja, verlierst den Boden unter den Füßen und machst Dinge, die deinen Wert senken. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig sehe bei Frauen, die sich an mich wenden, weswegen viele Beziehungen gescheitert sind, weswegen viele, ja, Situationen gescheitert sind, die zu einer Beziehung eigentlich führten und eigentlich lief alles nach Planen einige Zeit, aber dann ist es entweder abrupt abgebrochen oder so ist es stufenweise ausgeblutet, bis die ganze Sache nicht mehr da war. Um selbstsicher zu sein, brauchst du die richtigen Strategien, du musst ganz genau wissen, wie du die Männer richtig kennenlernst, wie du mit ihnen richtig kommunizierst, so dass du einen hohen Wert ausstrahlst, so dass du, ja, das Feuer in ihren Augen entzündest, wie du bei Dates richtig vorgehst, wie du mit dem Mann diese Connection aufbaust, ja, die, wie gesagt, dieser Prozess ist äußerst, äußerst wichtig. Ja, und du musst dich, du musst dich wirklich daran erinnern, dass es selbst mit dem richtigsten Mann der Welt, mit dem tollsten Mann der Welt, es immer wieder zu gewissen Situationen kommt, wo du, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, kann es dazu kommen und wird es höchstwahrscheinlich, dass du Dinge machst, die eure Connection, die seine Anziehung zerstören oder massiv schädigen, ja, das muss nicht jetzt eine Sache sein, wo er sofort auf Distanz geht, aber es können Dinge sein, die sich abspeichern, deswegen brauchst du die richtigen Strategien, ja, und vor allem, wenn du bereit bist, ja, wir haben über Bereitschaft gesprochen, diese Strategien zu lernen, zwar nicht nur zu erfahren, sondern wirklich zu beherrschen, dann lade ich dich ja eigentlich zu meinem Coaching zu bewerben, wo ich dir genau das beibringen werde. Alles, was du wissen musst, wie du mit richtigen Männern in Kontakt kommst, mit wertvollen Männern, wie du nicht nur in Kontakt mit ihnen kommst, sondern diesen Kontakt ausbaust, sodass du zum Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit wirst, sodass du dann diese magische Connection zwischen euch herstellen kannst, ja, und das ist etwas, was du immer und immer wieder machen kannst. Den Link zu einer kostenlosen Beratungssession findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Ich würde mich freuen, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du tatsächlich bereit dazu bist und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, schreib mir ein paar Zeilen in den Kommentaren, abonniere meinen Kanal, wenn du das nach wie vor nicht gemacht hast und wir sehen uns bald. Dein Sergei Lenz.